Ausflüge machten wir wirklich viele, das waren ein paar unserer Ziele. Im Bremenhofen haben wir einiges gesehen. Für die Weltentiere leugte es, sie hinzugehen. Ob der Ritter auf dem Pferd mit einem antiken Schwert. Oder die Botaniker im Bunten Park, die Museen sind wirklich stark. Auf Klassenfahrt waren wir Jahrgang 3 und hatten eine Woche elternfrei.